Das war nett, dass du dich gemeldet hast. Ist doch ganz klasse. Wie heißt du? Mirko, kein Problem. Mirko heißt du. Ich bin der Sven. Mirko, komm ein Stückchen zurück. Sonst pfeift es einfach so. Ich werde das andere Mikrofon nehmen. Da geht es besser. Mirko, so. So, das ist Mirko. Mirko, das ist unser Seemann. Unser Matrose. Mein Applaus kommt. Gut siehst du, Mirko. Mirko, pass auf. Du musst nicht singen. Überhaupt nicht. Du musst immer, wenn das Wort Matrose kommt, ein kleiner Matrose, bei dem Wort Matrose, da hebst du so den Finger, aber so ein bisschen toll und rufst, hier. Das mal probieren. Und? Hier. Nicht hier. Hier. Nochmal. Nochmal. Hier. Okay. So, wir probieren es mal auf das Land. Ein kleiner Umsegelte die Welt. Er liebte ein Mädchen, das hatte gar kein Geld. Das Mädchen wollte sterben. Und wer war schuld daran. Und wer war schuld daran? Der kleine So genau wollte ich das jetzt nicht wissen. Das hatten wir doch nie. Das hatten wir doch nie, das sagt er. Ihr kennt es ja so gut. Was auch, es geht weiter, es geht weiter. Wir brauchen jetzt das Mädchen, die geht es ja eigentlich nicht. Ja gut, also haben wir eine Jungfrau hier, die wäre uns am liebsten. Alle Jungfrauen mal melden, dass wir eine aussuchen können. Nicht so viel. Müssen wir anders fragen, welche von den Damen, den Anwesenden, war früher mal Jungfrau, Arm hoch. Merkst du das? Nix. Muss man anders fragen. Wer ist im September geboren? Nee, nee, lassen wir mal. Es gibt immer zwischendurch einige Damen, die tragen so weiß. Hast du so eine weiße Bluse und einen weißen Volumen? Das ist die Farbe der Unschuld. Die könnten wir jetzt aussuchen. Ich habe hier schon rausgeguckt, die hat vorhin mitgesungen. Wie verrückt. Kommst du mal zu mir hoch? Jetzt kommt er hoch. Ach, komm mal, siehst du, weiß, die Farbe der Unschuld. Ja. Hallo. Aber dein Tule ist schon etwas älter, nicht? Ja, denke ich mir. Wie heißt du? Heike. Heike. Das ist die Heike. Guck mal, toll. Heike ist das. Heike ist heute Abend unsere Jungfrau. Unser Mädchen. Toll sieht sie aus, nicht? So, Heike, du musst dich natürlich so benehmen jetzt und so einfach und musst sagen, bei dem Wort Mädchen, wenn das kommt, hebst du... Ja. Genau so und sagst... Nicht. Nicht. So, ganz vorsichtig, wir probieren das und... Nicht. Das klingt gut. Wir werden das gleich probieren. So, du weißt genau, beim Heben, ganz laut, hier. So. Ein kleiner Matrose. Was habe ich dir gesagt? Du sollst hier sagen, hatte ich doch gerade eben gesagt. Oh Gott, das will nicht. Also noch mal von vorn. Ein kleiner... Ja. Umsegelte die Welt. Er liebte ein... Ich. Das hatte gar kein Geld. Das... Ich. Wollte sterben. Und wer war schuld daran? Der Kleine. Nein, nein, nein. In seine Liebesbahn. Deine Frau nimmt ja das übel jetzt, das sage ich dir. So, jetzt brauchen wir noch einen hier nach oben. Und zwar, es geht ja um die Knete, um die Kohle, ums Geld. Haben wir, haben wir jemanden... Sag mal, such ich die Leute aus, oder suchst du die aus? Der ist schon leid, ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, bitte, was ist denn hier los? Ja, wir brauchen, wir brauchen jemanden, der was mit Geld zu tun hat. Haben wir da jemanden da, der mit Geld zu tun hat? Zum Beispiel den Sparkassendirektor, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, Parkbank. Sag mal, ich bin der Papa, ja. Egal, aus welcher Richtung. Ja, die Papa. Die Mama. Warum, die ist wohl beim Finanzamt, oder? Weil ich Bescheid. Ach so. Ach, die weiß Bescheid. Du weißt Bescheid. Aber ich brauche einen Mann. Ich brauche einen Mann. Komm, wir nehmen einen, der nach Geld aussieht. Hier vorne, der sieht aus. Das ist zu weit, pass auf, wir haben hier vorne, guck mal, du. Der sitzt da, als ob sie nichts angeht, weißt du. Komm einfach, hol auf den Kopf, hier komm. Der Sparkassendirektor, du wirst es noch, du siehst aus. Grüß dich. Und stell dich, Achtung, nicht auf die Füße treten, stell dich einfach da rüber, jawohl. So. Und an der richtigen Stelle, wo das Wort Geld kommt, da machst du, genau, so geht das los. Was ist das für eine Gesellschaft, die machen alle. Also, es geht los. Und segelte die Welt, er liebte ein Buch, das hatte gar kein Buch, das wollte sterben. Und wer war schuld daran, der Kleine. Donnerwetter mit seinem Liebeswahn. Hast du dich überwunden jetzt, jawohl, oder hast du nicht nachgedacht eben, ja. So, meine Damen und Herren, und Sie amüsieren sich so schön hier. Und nicht, dass Sie einfach denken, Sie können bloß so da sitzen. Bei dem Wort, das Mädchen wollte sterben, bei dem Wort sterben machen Sie alle, oh. Mal probieren, das Mädchen wollte, genau so, an der richtigen Stelle. So, und jetzt kommt das Finale. Na, los. Na, los. Na, los. Ein Kleiner, ja, und segelte die Welt. Er liebte ein Buch, das hatte gar kein Buch, das wollte sterben. Und wer war schuld daran, der Kleine. In seinem Liebeswahn, ein bisschen schneller, nicht? Ein Kleiner, ja, und segelte die Welt, er liebte ein Buch, das hatte gar kein Buch, das wollte sterben. Und wer war schuld daran, der Kleine, ja, in seinem Liebeswahn. Mann, 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 geht das los heute Abend. So, Dankeschön fürs Mitmachen. Halt, das Zeug wirst du wieder abgeben hier, das hat viel Geld gekostet. Und halt, halt, es gibt die Gage noch, komm. Komm her, Katrin überreicht jeden mit eine große Flasche Schnaps. So. So, guck mal, einen Applaus kriegt er extra noch. Huh, huh. So, guck mal, Mann, 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 Mann